DFB-Pokalsieger 1992 wurde Hannover 96. Es war der bisher einzige DFB-Pokalsieg der Hannover-Anner. Im Halbfinale hatte Hannover Titelverteidiger SV Werder Bremen im Elfmeterschießen besiegt, wodurch Werder die vierte Finalteilnahme in Folge verpasste. Hannover war der zweite Zweitligist nach 1970, der den DFB-Pokal gewinnen konnte. Wobei der Sieger 1970 zum Zeitpunkt des Finales schon in die Bundesliga aufgestiegen war. Seit dieser Saison gibt es auch in den Vorrunden kein Wiederholungsspiel mehr, alle Entscheidungen erfolgen im Elfmeterschießen. Im anschließenden Europapokal der Pokalsieger trafen Hannover und Werder bereits in der 1. Runde aufeinander und Werder konnte mit einem Gesamtergebnis von 4 zu 3 die 2. Runde erreichen, in der man gegen den tschechoslowakischen Pokalsieger Sparta Prag ausschied. Teilnehmer und Spielmodus Am Pokalwettbewerb 1991-92 nahmen nach dem Beitritt des nordostdeutschen Fußballverbands sie erstmals Vereine aus den neun Bundesländern teil. Alle Vereine, die 1.991 in der DDR-Fußball-Oberliga 1.991 oder der Liga gespielt hatten, erhielten die Möglichkeit, sich für die erste Hauptrunde zu qualifizieren. Während die ersten sechs Mannschaften der Oberliga für die erste Hauptrunde gesetzt waren, qualifizierten sich vier weitere Mannschaften über die Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga, an der die 7 bis 12 Platzierten sowie die Meister der beiden Liga-Staffeln teilnahmen. Aus den übrigen Mannschaften qualifizierten sich in einer Ausscheidungsrunde noch einmal vier Vereine. Insgesamt also 14 Vereine aus den alten NOFV-Ligen. Über die ostdeutschen Landespokale qualifizierten sich weitere Mannschaften. Ein weiteres Qualifikationsspiel vor Beginn der ersten Hauptrunde fand zwischen den Niederrhein-Vertretern VfB Loback und FC Remscheid statt. Um von 88 Mannschaften auf 64 Mannschaften zu kommen, nahmen an der ersten Runde nicht alle Vereine teil. Die 20 Klubs der 1. Bundesliga und 20 Amateurvereine erhielten hier ein Freilos. Aufgrund des größeren Teilnehmerfelds gab es in diesem Wettbewerb sieben statt in der Vorsaison sechs Runden. Qualifikationsrunden Aus dem Bereich des NOFV nahmen folgende Mannschaften an der Qualifikation teil. Erste Runde NOFV 1 Guben zog kampflos in die zweite Qualifikationsrunde ein. Zwei Bischofswerder zog kampflos in die zweite Qualifikationsrunde ein. Drei Chemnitz zog kampflos in die zweite Qualifikationsrunde ein. Viersuhl zog kampflos in die zweite Qualifikationsrunde ein. Zweite Runde NOFV 1 Nordhausen zog kampflos in die dritte Qualifikationsrunde ein. Dritte Runde NOFV FC Wismut Aue, PFV Bergmann-Borsig, SV Chemie Guben und der Greifswalder SC waren damit für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Qualifikationsrunde zur 2 Siehe Qualifikationsrunde zur 2 Über diese Qualifikation erhielten Stahl Brandenburg, Lokomotive Leipzig sowie der FC Berlin und Stahleisen Hüttenstadt einen Startplatz in der ersten Hauptrunde. Union Berlin, der 1 FC Magdeburg, der FSV CK und Sachsen-Leipzig konnten sich nicht für den Pokal qualifizieren. Qualifikationsspiel FV in der FC Remscheid war damit für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Teilnehmende Mannschaften Folgende 88 Mannschaften qualifizierten sich für den Pokalwettbewerb. Der 1 Sula SV nahm den Startplatz von Chemie Guben ein. Der NSC Marathon 02 nahm als unterlegener Pokalfinalist den zweiten Startplatz ein. Der SV Eintracht Trier nahm als unterlegener Pokalfinalist den zweiten Startplatz ein. Der SC Nu Kirchen nahm als unterlegener Pokalfinalist den zweiten Startplatz ein. Der SSV Reutlingen 05 nahm als unterlegener Pokalfinalist den zweiten Startplatz ein. Erste Hauptrunde In der 1 Hauptrunde hatten die 20 Bundesligisten der Saison 1991, 92 und 20 weitere Amateurvereine zunächst ein Freilos. 2 Hauptrunde Die Vereine, die in der 1 Runde ein Freilos hatten, sind mit einem Link unterlegt. 3 Hauptrunde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale 1 Torwart Uwe Kamps von M. Gladbach hielt alle 4 Elfmeter von Leverkusen. 2 Torwart Jörg Sievers verwandelte den letzten Elfmeter für Hannover und hielt anschließend den von Marco Bode. Finale